So, heute haben wir Donnerstag, den 30. August und hier in unserer Kabine 1, wo jetzt noch eine Ergoline 44 Classic steht, wird heute Abend eine funkelnagelneue Ergoline Inspiration Superpower 400S stehen. Und da werden wir euch darüber berichten, wie wir heute das Ganze hier etwas umgestalten und euch dann auch morgen auf die neue Ergoline Inspiration 400S freuen könnt.